Als nächstes gibt es ein bisschen Jazz nochmal. Vorher eine Empfehlung, falls Sie ein Weihnachtsgeschenk suchen, für einen Menschen, der auch ein weiteres unverfrorenes Jahr des Widerstands durchstehen soll und möchte. Der neue Kalender 2014 von Klaus Gebhardt ist erschienen und ist erhältlich drüben an der Mahnwache, an den Ständen. Das ein kleiner Tipp. Und jetzt begrüßen wir nochmal den Lenkungskreis Jazz. Jazz lebt ja von der Reibung, auch vom Konflikt. Insofern könnte dieser Name schon ganz sinnvoll sein. Aber man merkt, Sie verstehen sich besser, kommunizieren deutlich besser und ergiebiger als das Gremium mit demselben Namen. Also genießen wir Lenkungskreis Jazz. Es spielen Hans-Peter Ockert, Trompete, Eckerab Rössler, Saxophon, Günther Weiß, Gitarre, Markus Bodensee, Bass und Thorsten Grill am Schlagzeug. Viel Spaß! Auf die Plätze! Herzlichen Glückwunsch! 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018